Subordinate Clauses of Comparison, Time and Reason. Nebensätze der Zeit, des Grundes und des Vergleichs. Virginia Fox träumt davon, als Erfolgsautorin so richtig durchzustarten. Doch leider konnten ihre Texte bis jetzt überhaupt nicht überzeugen. Was macht sie nur falsch? Schauen wir uns mal an, was Virginia so geschrieben hat. Ich mag Krokodile. Krokodile sind süß. Hier handelt es sich jeweils um zwei Hauptsätze, Main Clauses. Sie haben die Satzstellung S, V, O. Subject, Verb, Object. Obwohl es zwei grammatikalisch richtige Sätze sind, klingen sie im Zusammenhang nicht besonders schön. Das liegt daran, dass sie zwar inhaltlich zusammenhängen, jedoch durch einen Punkt voneinander getrennt sind. Ah, das sieht schon besser aus. I like crocodiles, because they are cute. Ich mag Krokodile, weil sie süß sind. Aus den beiden Hauptsätzen wurden ein Hauptsatz, Main Clause, und ein Nebensatz, Subordinate Clause. Verbunden sind sie durch die Konjunktion, Conjunction, Because. Zur Erinnerung, der Unterschied zwischen einem Haupt- und einem Nebensatz liegt darin, dass Hauptsätze alleine stehen können. I like crocodiles, ich mag Krokodile. Dieser Hauptsatz kommt ohne weitere Informationen aus. Because they are cute. Weil sie süß sind. Würde dieser Satz isoliert stehen, könnte man sich fragen, wer mit they gemeint ist. Zusammen ergeben beide eine Haupt- und Nebensatzkonstruktion, bei der der Nebensatz den Hauptsatz näher beschreibt. Achtung! Im Gegensatz zum Deutschen ist die Wortstellung im Nebensatz ebenfalls immer S-V-O. Virginia Fox hat verstanden, dass Verbindungen aus Haupt- und Nebensätzen stilistisch schöner klingen als einandergereihte Hauptsätze. Jetzt muss sie nur noch herausfinden, welche unterschiedliche Arten von Nebensätzen, Subordinate Clauses, es gibt. Die Konjunktion, die den Nebensatz vom Hauptsatz trennt, gibt einen wichtigen Hinweis darauf, um welche Art Nebensatz es sich handelt. Nachdem ich mit meinem Krokodil gekuschelt hatte, fühlte ich mich viel besser. Nachdem zeigt an, dass es sich um einen temporalen Nebensatz, Subordinate Clause of Time, handelt. Wann fühlt sich Virginia besser? Erst nachdem sie mit ihrem Krokodil gekuschelt hatte. Der Nebensatz ergänzt den Hauptsatz um diese zeitliche Information. Sobald ich mit meinem Krokodil gekuschelt hatte, fühlte ich mich viel besser. Der Nebensatz bleibt weiterhin ein Subordinate Clause of Time, weil As soon as, sobald, ebenfalls den Zeitpunkt beschreibt, ab dem Virginia sich besser fühlte. Before I had cuddled my crocodile, I felt much better. Bevor ich mit meinem Krokodil gekuschelt hatte, fühlte ich mich viel besser. Auch hier ist die Konjunktion Before, Bevor oder Ehe wieder ein Hinweis auf einen Temporalsatz, Subordinate Clause of Time. Diesmal geht es allerdings um den Zeitraum, bevor sie mit dem Krokodil kuschelte. Somit verändert sich auch die Bedeutung des Satzes. Virginia ging es vor dem Kuscheln besser als danach. Never cuddle a crocodile until you are its friend. Kuschle niemals mit einem Krokodil, bis du nicht mit ihm befreundet bist. Mit until, bis hast du eine weitere Konjunktion, die du für Subordinate Clause of Time nutzen kannst. Hug a friend when you feel sad. Umarme einen Freund, wenn du traurig bist. Einen zeitlichen Aspekt beschreibt außerdem when. Wenn Whenever you feel sad, hug a friend. Jedes Mal, wenn du traurig bist, umarme einen Freund. Auch whenever, jedes Mal wenn, kann in Subordinate Clause of Time vorkommen. Subordinate Clause of Reason, Kausalsätze oder Nebensätze, die einen Grund beschreiben, begegnen dir meistens mit der Konjunktion because. Virginia cuddled her crocodile, because she felt sad. Virginia kuschelte mit ihrem Krokodil, weil sie traurig war. Because, weil, sagt hier nichts über einen Zeitpunkt aus, sondern beschreibt, warum Virginia mit ihrem Krokodil kuscheln musste. Weil sie traurig war. Merke dir, Nebensätze können sowohl nach dem Hauptsatz, so wie hier, als auch vor dem Hauptsatz stehen. Steht die Konjunktion am Satzanfang, setzt du ein Komma zwischen Haupt- und Nebensatz. Diese Regel gilt für alle Nebensätze, also auch für die Subordinate Clause of Comparison, Komparativsätze oder Nebensätze des Vergleichs. She feels like she's turning into a professional writer. Sie fühlt sich, als ob sie eine professionelle Schriftstellerin werden würde. Like, als ob oder wie, beschreibt einen Vergleich. Virginia fühlt sich schon so gut wie ihre großen Schriftstellervorbilder. Jetzt steht Virginias Karriere als Erfolgsautorin nichts mehr im Wege. Oh nein! Da hat sie wohl ein paar Nebensätze zu viel gemacht.